Guten Morgen! Heute ist mein etwas anderer Tag, denn ist es mein Geburtstag? Surprise, Surprise! Okay, ja und ich dachte, es wäre vielleicht ganz mal interessant, das Ganze hier mitzufilmen heute und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß bei mir zu schauen. Yes, ich gehe jetzt runter und gucke, was mich dort erwartet. Vielleicht erwartet mich auch gar nichts, who knows, aber ich habe auch schon ein paar Geschenke von meinen Eltern hier liegen, die mir zukommen gelassen haben, kann man so sagen, I guess, aber ja, ich bin schon so ein bisschen aufgeregt. Ein Geburtesgeschenk habe ich auch schon am Donnerstag bekommen und zwar hat meine Gastin mir die Ohren piercen lassen und ja, oh mein Gott. All right, deep breath in for me. One done. Well, that was unexpected, although I don't want the second one. One more deep breath in for me. Ah, pretty. Oh, wow. Okay, I didn't expect the earrings to die. Ich hatte noch nie ein Piercing oder so, deswegen ist es für mich ziemlich aufregend gewesen jetzt und jetzt muss ich für drei Wochen täglich dreimal putzen, beziehungsweise die Säuber an und desinfizieren und das ganze Zeug. Aber ja, okay, see you. Okay, also ich habe jetzt ein kleines Workout schon mal fertig gemacht und ja, zwei Freunde von mir haben anscheinend seit zwei Wochen ungefähr meinen Geburtstag geplant, wenn nicht sogar noch mehr von, ich habe keine Ahnung. Und sie meinten, dass sie mich jetzt um 11 Uhr abholen oder hier rüberkommen um 11 Uhr und dann gibt es eine Überraschung oder so. Also anscheinend wollen sie mich irgendwo hin mitnehmen unter anderem. Ich habe ein Gefühl, was es sein könnte und ich habe ein Gefühl, dass es eventuell eine Art Restaurant sein könnte. Aber ja, das ist so das Einzige, was ich für den Plan für heute weiß und ja, meine Freunde haben irgendwie alles geplant und mich so ein bisschen im Dunkeln gelassen und jetzt werde ich überrascht. Also mal schauen. Ich stehe eigentlich ganz gute Dinge gerade. Wird bestimmt spaßig. Ich hoffe fürs Beste. Walking backwards because it will happen to Khoras und das ist ein Frühstücksplatz und ich habe keine Ahnung. Aber ja, es ist super und ich war da schon einmal am fünften Tag oder so, wenn sie mich dahin mitgenommen hat. Und ich habe ein kleines Gefühl, dass sie eventuell gerade über mich flüstern, weil ich auf Deutsch rede. Aber never mind. Okay, wird lustig, wird spaßig, wird tschüssig. Ja! Hey, Kirby! Ich mach immer gut für mich. In der Mitte der Zeit? Ja, danke, dass ich meinen Traum behalten kann. Cheers to Marcel, cheers to Franchi and cheers to Josh. Darf ich mal kurz anmerken, wie perfekt das Ei gekocht wurde? Oh mein Gott. Ich habe einen Geburtstagskuchen bekommen. Oder nicht Kuchen, Geburtstag Apfel. Ein Geburtstag Apfel, richtig? Ja. Ihr werdet es lieben. Ich habe einen Pizza in den Fotografie gemacht. Oh mein Gott. Was? Was? Es ist ein Strawberry Boba Flushie. Es ist sehr squischbar. Und da waren ein paar unterschiedliche Sprachen, aber ich habe eine andere Sprache. Oh mein Gott. Das ist schön. 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 Und das ist in verschiedene Sprachen. Das ist in verschiedene Sprachen. Das ist in Englisch. Und in Englisch. Das ist in Englisch. Das ist ein Torch Hart. Das ist in Englisch. Das ist in Englisch. Das ist in Englisch. Das ist ein Torch Hart. Ja. Das ist ein Torch Hart. Das ist schon so gut, wie du sagst. Es hat sich ein Job gemacht. Ich liebe dieses GIF, bevor ich sogar sehen kann. So, ich war da während der MAKING mit dem Printer. Das ist die Nächste Framme, die ich noch nie gesehen habe. Ich liebe es. Es gibt 17 GIFs in den Haus. Du musst find all 17 before you can unwrap any of them. P.S. must be opened in numerical order. 1, 2, 3, 4, etc. Happy hunting. Something else. Our treasure hunt is complete. You just have to choose. Yes, GIF number 1. GIF number 1. Felix took a while and he found them all. You get one clap. Yeah. Those ones are upstairs. With the stuff that you just wrapped? No, you're going to take that home and... And make my own? No, you've got it. It's the... Yeah, I know, but... Oh, it's already coming. Oh, it's a cool plant holder. We have plenty of those. Oh, it's a plushie. Oh my god. What are you? It's a cat plushie, but what are you? It's Kinder Burrito. Oh, those things. Oh, you hate those. I introduced those to him. Yeah. That was my fault. That was my fault. Sorry, guys. What did we get for number 7? What was number 7? That's impressive. And why did we have to get that, Felix? Why can't you stop the question? Because people lose your socks in washers, don't they? Oh, a collection of biscuits. Oh, those ones! They're so good! They're really good. Those are good ones. Yes. They're really good tea. I grew up eating, though. Those are so good. What do you think this is, Felix? A mutt? It's not what you were saying. It's close enough. It's number 17. It's the main number. It's the main one. Okay. Let's go hard. Put the Japanese up, please. Now you have to open it. Now you've got to untie every one of them, right? Should we do this? Should we open this? Okay. Let's get back. Let's go hard. Let's hop! Let's open it! Put the Japanese up! You have to open it! See? Let's go hard! End式 meal! Help me Ilidi Jokeo join! Cooper! I love you. I love you. I love you. I love you. Another bed. What should be another Kinder? I feel like they did some deep plushies. Okay, it's something around you though. And it is a plushie. It's a birthday cake. It's a birthday cake. And it's also very spruishable. Thank you. You're welcome dear. Lemon. Lemon-cruid blueberry. Wow. Beauty and the Beast. And we are at the game. And we are at the game. And we are doing a good afternoon. And we will see what happens. I think it's not a lot. But it will be funny. It will be funny. I'm done with the spinnies. She's coming. Woo. The old man doesn't want to join the cookies. On top of the world. I'm on top of the world. Bye. 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 Thank you for everything. That does a lie. Do you know what I did to the life of this day? Okay. I have a little recap for the day. Brunchy zu Chorus gegangen und habe dort gebruncht. Dann sind wir zurückgekommen. Ja, dann hat auch schon die ganze Geschenkesituation angefangen. Also meine Gastmutter und mein Gastvater haben das ja so vorbereitet, dass sie 17 Geschenke für mich hatten, die alle durchnummeriert waren bis zu 17 und die wie an Ostern im ganzen Haus verteilt waren. Heißt, ich musste sie suchen gehen. Und ja, dann in der jeweiligen Reihenfolge öffnen. Und ja, das 17. Geschenk war ein Stück Kuchen in Plushy-Form was schon ziemlich, ziemlich süß ist, not gonna lie. Und ja, ziemlich viele Kinder Buenos und allgemein Kinder-Schokolade und ein Kilogramm Glas Nutella. Well, beschwert man sich jetzt eher weniger. Also ja, es war schon ziemlich, ziemlich cool. Josh hat ja auch eine Torte gebacken für mich. Die war auch ziemlich nice und Frenchy hat Eis mitgebracht. Also es war eine Menge Essen heute und dann habe ich die beiden noch irgendwie überredet bekommen, mit mir zum Spielplatz zu gehen. Und ja, irgendwann ist Josh dann abgehauen und Frenchy und ich haben noch ein bisschen was zusammen unternommen, sind noch mal zum Spielplatz gelaufen. Hatten unseren Spaß dort, haben einfach auch das Wetter genossen, weil oh mein Gott, es war so schön. Nichts Mittwoch soll es auch 20 Grad werden, aber heute waren, glaube ich, irgendwie sieben bis zehn Euro. Also für unsere Verhältnisse, im Vergleich zu was wir ansonsten immer hatten, relativ hohe Temperaturen. Ja, das war es dann eigentlich auch schon. Also eine Nachbarin ist jetzt heute Abend noch vorbeigekommen und das haben wir uns dann auch nochmal ganz nett unterhalten und alles für eine ganze Weile. Aber ja, das war es im Groben eigentlich auch schon und oh mein Gott, ich bin so müde. Ich bin heute Morgen direkt aufgestanden und wurde direkt von meinen ganzen Familienmitgliedern in Deutschland und Freunden angerufen und alles Mögliche. Also it's been a day und ich habe auch noch die ganzen Geburtstagskarten hier. Ups, wo ich gleich auf Instagram nochmal eine Story zu machen wollte und mich bedanken wollte für das alles. Also war wirklich, wirklich cool und ein sehr, sehr schöner Tag. Okay und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es hat Spaß gemacht zuzuschauen und I guess see you next time. Bye. 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 Bye.